Bei mp da war ich doch voll dabei. Was sitzt denn da kommt keine Ahnung. Ich wollte schon zeigen, entscheidend bekomme ich jetzt gleich alles. So, wo geh mal hin? Ich gucke mal. Ich gucke mal ein. Ähm, Downtown? Ja? Fabios? Das ist keine Aussage, das ist ne Frage. Fabios, ja. Alles klar. Damit läd's German. Ja, neue Runde. Jo, neue Runde. Das zeige ich gerade nicht großartig an. Wenn ich ansage, ist die Runde eh schlecht. Gar nicht wahr. Jo! Das ist drastvoll. Weißt du, das ist immer mal echt als die Motivierte. Jetzt hat ihr die Motiviert. Jo! What's up? Okay, hier Downtown in coming here, oder was? Okay, Downtown ist richtig voll. Ich geh was zu Yannick kennen. Er hat bestimmt ne gute Idee. Ich mach eben die Tür auf. Hallo, Loot? Loot, 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 Loot. Okay, Boros, Boros. Geld? Kannste Geld? Geld, 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 Geld. Geld? Geld? So, was gibt's hier? Kisser? Ja. Bin tot. Nice. Wow, was hast du Zoom gemacht? Hier ist ein Helik. Leil. Kann ich nicht noch rennen, oder bist du komplett? Okay, Gulag. Okay, Yannick hat auch kein geiles Stuff. Und da fliegt der Wichser. Puh. Ist egal. Macht's auch nicht schön. Macht's auch nicht besser. Macht's auch nicht besser. Easy, Yannick. Na ja, so easy hat das nicht geklungen, diese... Der ist einfach... Geblendetste. Oh. Jetzt kommt eigentlich wieder Ruhe und Frieden hier rein. Also, ähm... Wollen wir uns die Ausrüstungsbox kaufen? Das ist ja mal ganz gut. Ich bin am übertort. Geil. Tschüss, Ben. Dann kommst doch zu mir. Das sind direkt älter. Ja. What the fuck. Ich liege. Die kommen. Ich glaube, ich hatte... Ja. Ja. Ähm... Ja, der taucht nicht. Ja, was weiß man. Ich bin erst seit Sven gestorben. Kulak. Ich setze in der beschissensten Position überhaupt. Wenn ich mich überhaupt bewege, werde ich eingeschossen. Sven meint... Ich wollte Dir nur helfen. Indem du dich da neben mich kämpfst und die Leute zu dir schickst, wo ich auch bin. Ja, passiert doch mal. War nicht so clever von mir, also, gib ich zu. Ja, ich hab den Tod runterfliegen sehen. Du wirst jetzt kommen, was du hier durchkriegst auch gut. Lecker, lecker. Krass, weil du schaffst doch schon. Dann kannst du ihn ja wieder bewegen sollen. Nee, mach Yannick, der hat eine bessere Runde. Nee, bitte nicht. Wollte auch. Einfach Sven, der ist der Entertainer von uns. Die Folge muss lustig sein. Bei mir ist es heute einfach irre schlechthin. Ah, warum bist du so deeply? Der ist einer, der muss rassern, der ist einfach für dich. Wird geraten. Go, 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 go. Der will, der will, ah ne, der nicht. Krass. Krasshorn, meinst du? Krasshorn, genau. Krasshorn, siehst du Krasshorn. Trash. Trash Talk is real... Wird er ja nicht? Ja, nein, nein! Nein! Hä? Ohhhhhhhh. Hast du es weiter geholt? Ja. Nee. Doch. Warum nicht? Ich hab genug Geld. Moneyboy war's. Oh, oh, oh! Hier oben ist jemand auf dem Dach! Ja, da. Oh, unten töte mich. Da bin ich betont. Wo ist er? Auf da, wo ich markiert hab. Der rote fette Klotz. Oh Gott, oh Gott! Verdammt! Oh Leute, was ist das für eine Scheiße? Ich komm wieder hier. Also ich häng hier an der Leiter. Ich weiß nicht, ob ihr mich holen könnt. Eher nicht, oder? Nee. Ich kann halt auch nichts mehr machen. Der arbeitet sich jetzt hier langsam runter. Na, Bruder? Was geht ab? Kannst du halt irgendwie runter? Kannst du mich hier nicht holen, ne? Nee. Versuch noch, beweg dich mal ein bisschen mehr. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Greifts. Letzte Sekunde! Er kommt. Da ist einer. Ja. Ja. Jo. Alles klar. Ich hab gehört, da hängt meine Runde dran. Ja. Warte. Ah ja. Ja, stimmt. Ja, ist gut. Wir gehen einfach, ob jetzt vorbei ist hier. Okay, jetzt ist es vorbei. Ich hab ein Revolver. Drasron gegen Tepstern. Oh, das klingt krass. Wo ist er? Hallo! Die Idee war nice. Guter Versuch. Ja. Ich hätte nur in meinem Kopf eher auf Nahkampf gehen sollen. Äh, jetzt mal Janik Wehr auf Leipzig. Ja. Ah, Sven. Wow. Keine 10 Minuten haben wir überlebt. Aber gute Idee. Ja, ich hab zwei Minuten, von meinem 16 Minuten Überleben hingekommen. Ja, aber wir sind ziemlich gleich auf. Ja, Leute. Da hängt eine Runde dran. Das ist einfach toll. Wir sind wieder da. Zweite Runde. Hey. Yay. Hallo. Also nicht farbenig, würde ich sagen. Äh, äh, Query oder Superstore? Ich will mal für Superstore. Okay, hier sind ziemlich viele. Ja. Ah, Mann. Ich hab vergessen, als ich schon mal in der Runde gezogen hatte. Feind den Gebiet! Feind den Gebiet! Feind den Gebiet! Ha! Da schießt er doch auf mich anstatt die Hochzeiten. Ja, du bist ja in der gefälligen Zone, weißt du. Ich muss einfach hier looten, weißt du. Jetzt bin ich hier drin. Ich muss dich auch schützen können. Ich hab dich! So. Klau von denen, die schon nichts haben. Ja. Was heißt ein Klauen, wenn du nichts hast, dann kannst du auch nicht geklaut werden. So sieht's aus. Komm, was wenn? Wer ist, wenn? Wer ist, wenn ich was von meinem Skil geklaut? Wow. Wow. Ganz ehrlich, ne? Du bist so auf Kriegsfussportal. Du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. Ich muss mich irgendwie aufmuntern von den Kackrotten ein bisschen. Du Freundchen. Das heißt, gesundes Wend ist immer gut. Also, fragen Sie einen Assault oder Apotheker, in welchem Maß ihr diese benutzen sollt. So. Ich weiß, da holst du jetzt alles. So, zwei epische Waffen. Da seh ich mich. Oh, ne Letchikiste. So. Roadkill, da seh ich mich. Ich hab auch ne epische Waffe. Nehme ich die goldene AK mit? Ja oder nein? Ich markier sie bei euch. Obwohl, ne, komm, die nimm ich nicht. Ja, nimmst du, ich hab's auch. Die jetzt Zweitwaffe. Obwohl, ne, komm. Die jetzt Zweitwaffe und die markier ich für euch. Obwohl, warte, die war's mit Position. Irgendeine Waffe wirst du kriegen von Sven. Irgendeine Waffe wirst du kriegen von Sven. Irgendeine Waffe wirst du kriegen von Sven. Irgendeiner von mich. Hey. Bei MP, da war ich noch voll dabei. Was sitzt denn da, kommt keine Ahnung. Ah! Ich wollte schon, entscheidend bekomme ich jetzt gleich alles. Wenn schlussend nicht mehr helfen, dann will ich sonst ein Auto. Ja, dann bin ich einfach überfahren. Hab ich ja gar nicht. Da steh ich ja aufm Auto. Ich wusste, dass es halt doch irgendwann klappt. Komm, wir machen das Auto jetzt pink. Ja, so sieht ein gutes Auto aus. Easy. Sind wir da noch weniger? Nein! Witzig, wenn wir jetzt da, wie einer gestorben wird. Ja. Boah, bin ich heute crazy drauf in dieser Runde? Mein aktuell ist ja eh irgendwie da, ne? Will noch jemand jetzt eine Munitionskiste kaufen? Äh... Ja, komm, ich kaufe eben eine. Wenn ich das Geld dafür hab. 6.000. Okay, hab ich will. Okay, okay, geh da, geh da! Wo war der? Äh, der, wo wir beim Auto standen. Da aus der Richtung auf jeden Fall. Okay, sind zwei. All K.O. All das K.O. Nice. Ja, der andere kommt jetzt zur Rettung. Genau da. Hat er seinen Kollegen wieder geholt? Wahrscheinlich, ja. Also das auf jeden Fall wird hier, falsch hier, Richtung Ausrüstungskiste hin. Nein. Okay. Okay, Richtung Zone, oder? Wie sieht's aus? Die Zone ist voll nicht auf unserer Seite. Ach du Kacke. Alles klar, dafür Roadcase. Jawohl. Sech uns. Geil. Ich musste, ich musste in die Wall reinrennen. Die hätten mich sonst weggeholt. Wow. Guck dir sonst rein. Wow. Oh. Hinter uns sind mehrere Spiele im Kanal. Echt? Ja. Vergesst. Oh, kritischer Schaden! Lass den Motor raus! Nein! Lass den Motor raus! Oh, ich bin tausendmal ein und ausgestiegen! Shit! Ich bin über ne Mine gefahren anscheinend. Erstmal Rüstung aufziehen. Raketenwerfer. Ja, ich brauchst du Rüstung? Ich hab noch vier Ersatz. Okay. Ah ja, okay, alles klar. Der hat mit nem Raketenwerfer auf mich geballert. Ja, okay. Der hat nur das Auto zerlegt. Ich wollt euch retten. Nein. Da gabs nicht mehr viel zu retten. Wenn, lass dein Auto dann nicht. Ey, warte, ich hab Schritte. Hm. Ja. Tut über uns, die kriegen uns so nicht. Komm. Wer ist das eigentlich? Ach mann, ja. Verkackt. Puh. Okay. Warte, ich mein's eben. Oh! So, das ist doch nur easy. Hau Beine aufmachen. Alter, was ist denn los? Weiß ich nicht. Ich finde das wieder so eine Rotte-Folge bei euch. Ja. Egal wo man sagt, Warte, ich hab Brot. Ja, ist klar. was war denn seine mission sein geld geben aber der war noch nein ich habe panisch die map gedrückt ich konnte nichts mehr sehen jawoll nice bestimmt der typ die kreft gekriegt hat jemand aufgepasst wie da ist ok das wieder unten zu laut zu laut der bruder gebracht du darfst du nicht weg sind bei solchen situationen hier ist oben so lange setzen wie du sitzen jetzt haben wir das verlängst ist der top ich merke schon sobald sie dann explodiert du erschrickst wenn sie es tut ich hab ein 23 schuss ey auf der zweite woche ist es einfach ok da kam jetzt ein punkt der holt dir jetzt den anderen der dich da einsperrt weg wäre egal jetzt sitzt immer noch da natürlich deine barrikade ist weg ja nee natürlich also wenn man den häusern endet ja ja viel cooler nee das geht hier enten nee danach endet die zone einfach das heißt das ist die letzte zone danach wird es dann einfach immer enger die andere sie ich habe so lange aus wie ich hier ausfahren kann und dann renne ich das ist gar schnell aber öffne die tür normal nicht mit rennen ich glaube zu früh hinter dir ist auch einer der ist jetzt rechts ja fack was war das jetzt teil 2 ich glaube ja ok also meine aufnahme geht 35 minuten ok haut rein oder Ciao